Das ist ein Buch, oder? Sie haben in diesem Buch gelesen? Wieso lief es denn am Kochbuch? Wann er sich was kochen wollte? Das war eine Notsituation. Wir haben diesen kleinen Ligen den Guteilgern geweiht. Ich will nicht hierbleiben. Ich auch nicht. Das ist nichts Romantisches. Ich glaube, ich mag dich nicht. Man hat mir gesagt, wenn ich diesen Knopf drücke, lande aber hallo. Glaubst du denn, die werden verrückt? Das Universum ist unendlich groß. Was stört da ein bisschen verstrahlter Höhe von der Erde? Jetzt sind Sie schuld an einer der größten von Menschen gemachten Katastrophen. Ich komme zuerst.